Hallo, Ralf Faschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Mein 17. Kalendertürchen im Advent ist mal wieder ein Sportgerät. Und das ist etwas, was ich ganz besonders schätze. Das Haus Beretta liegt mir sowieso sehr am Herzen. Und die DT10 ist eine Flinte, die leider nicht mehr gebaut wird, aber nun doch so eine überzeugende Qualität hat, dass ich sie unbedingt nochmal vorstellen muss. Zumal dieses Gewehr, das ich gefunden habe, in einem jungfräulichen Zustand ist. Das heißt, hier sind keine 100 Patronen rausgeschossen worden. In der Werkstatt wurde das Ganze nochmal liebevoll aufgearbeitet, hat ein neues True Oil Finish bekommen, eine belederte Kappe und trägt jetzt durch den eingestellten Schaftrücken zufälligerweise ganz präzise meine Maße. Und ich werde mit diesem Gewehr schlicht und ergreifend am kommenden Samstag das finale Turnier auf dem Dornsberg bestreiten und habe sicherlich Spaß damit. Es sind 76 Zentimeter lange Läufe, 3,7 Kilo Gewicht, Multichokes, eine breite Schiene und eine perfekte Balance, die dieses Sportgerät zum Überflieger machen. In dem Erhaltungszustand dürfte es sehr schwer sein, eine zweite zu finden. Mein Angebot an Sie, diese eine. Also, überlegen Sie nicht lange ein Türchen, das eine Sünde wert ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe Ich werde auf unseren G